Guten Tag zusammen, mein Name ist Jan-Marco Woh und Sie sind auf dem YouTube-Kanal Jörns Welt der Deutschen Sprache. Das ist das 35. Video aus der Videoreihe die Aufgaben zu Lektionen und gleich folgt die Aufgabe 6 zur Lektion 22. Die Aufgaben 4 und 5 sind der Teil der gesamten Sammlung der Aufgaben zur Lektion 22, die sich von der Webseite WordPress Jörns Welt der Deutschen Sprache herunterladen lässt. Die Aufgabe 6 geht los. Schreiben Sie den passenden Positivartikel vom in den Klammern stehenden Personalpronomen. Diese Aufgabe hat 10 Beispiele. Pro Beispiel haben Sie eine Minute Zeit. Schauen Sie sich zuerst das Beispiel an und gleich danach machen Sie die Aufgaben. Nach 10 Minuten bekommen Sie die Lösungen. Napišite odgovarajući pristorni član odličnih zamienica koja stoje u Zagradama. Ovaj zadatak ima 10 primera. Po primjeru imatjete 1 minut. Pogledajte najprej primjer, a zatim uradite ceo zadatak. Nachdem 10 Minuten bekommen Sie die Lösungen. Lösung Markus, wie viel kostet Dein Stuhl? Vielen Dank. 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 Bye. 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 Citiesments. 1. Mein Bruder und ich kommen aus Bosnien und Herzegowina. Unsere Muttersprache ist Bosnisch. 2. Sind Heidruns Eltern Deutsche? Nein, ihre Mutter ist Schweizerin, aber ihr Vater ist Deutscher. 3. Oh, eure Möbel sind so schön. 4. Wie heißt seine Lehrerin? Seine Lehrerin heißt Marina. 5. Herr Schmidt, wie ist Ihre Staatsangehörigkeit? Meine Staatsangehörigkeit ist Deutsch. 6. Ist Marius und eines Hund groß? Nein, ihr Hund ist sehr klein. 7. Kinder, wo sind eure Eltern? Unser Vater ist zu Hause und unsere Mutter arbeitet. 8. Ist er euer Cousin? Nein, er ist unser Onkel. 9. Woher kommen seine Großeltern? Seine Oma kommt aus Österreich und sein Opa kommt aus Slowenien. 10. Georg, ist das deine Katze? Und das ist alles in diesem Video. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen allen und bis zu einem nächsten Mal. Tschüss. Das ist alles. 20. Georg, ist das?